... und dann jetzt gegen Shirin Huo. In der Mitte ist es liegen mit Jorts. Tut mir leid. Wer mit Milenkovic für 3? Eröffnet das. Ja, doch! Kaktisch g'si. Gerrit Wills für 3! Platz unter dem Kork. Das wird wahrscheinlich nicht läuft. So für 3 vielleicht? Nein! Doch! Auch drin. Gut. Noch mit Zoli g'si. Und Explosion! Verteilung. Kati Barniak wieder raus auf Karen Trees. Freie Dreier! Ja! Noch mal. Ani Groth. Noch mal Karen Trees. Vergeblich. Es ist jetzt überstrahlend. Auch jetzt wieder. Aber dann gibt's andere. Oder vielleicht doch. Doch für 3. Shirin Huo. Nein! Doch! Und nachher... Oh, Lopez! Pass auf! Wer mir lebt. Übernimmt! Wieder Mittellistanz. Nein, gut. Jetzt mal durch. Körper eingesetzt. 2. Entschuldigung! Er hat mich gerade für den Wurf abbringen lassen. Dojana, willst du gegen sie denn? And one! Meliroth. Sie hat zum Kork gegen Miriam Sohn. And one! Meliroth! Er hat wieder 3 für 7,5 gemacht. Er hat wieder gut zugemacht. Miriam Sohn redet sich in der Tür. Für eine 3! Die Neuserling wirft sich wieder in die Ferne jetzt hinten. Wieder der Startstreetsfehler. Genau der gleiche wie vorhin. Nicht piffen. Aldaz. Er hat vorbeikommen. Der Romain Assojanowicz. Schöne Fake. Und er erinnert mich. Danik Roth zieht zum Kork. Aber nicht ganz. Wäre möglich gewesen. 3 gegen 2. 3 gegen 1. 2 gegen 1. 3 gegen 1. 3 gegen 1. 1 gegen 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 1 Altikantikai! Das ist der Dritte! Ich bin der Meister! Altikantikai!